Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Menschen 50plus, herzlich willkommen bei 50plusfernsehen. Ich präsentiere Ihnen heute den Buchtipp und dort das Buch von Dona Leon, Endlich mein. Es ist der 24. Fall des Venedig Kommissars Brunetti, der diesmal einer Diva dabei helfen soll, sich vor einem vermeintlichen Stalker zu schützen. Das Buch führt uns in die Lagunenstadt, wie üblich. Es führt uns in die Kulturszene, wie üblich. Und es fordert Brunetti nicht nur als Venedig Kommissar, sondern auch als Jevenu. Schauen wir mal, wie er das meistert, diese Herausforderung meistert. Wir lesen es auf 320 Seiten. Das Buch Endlich mein von Dona Leon ist im Diogenes Verlag erschienen und unser Buchtipp 50plus. Lesen Sie mehr zum Buch im Blog www.50plusleben.com Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Bleiben Sie bei uns, wir bleiben für Sie am Ball.